Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wie ich euch versprochen habe, möchte ich nochmal zum Thema Gewitter im Kopf kommen. Ich möchte aber einfach daraus jetzt einen allgemeinen Real Talk mal machen, weil mir gehen so ein paar Sachen gegen den Strich. Und wenn jetzt wieder irgendwelche Leute auf die Idee kommen, ach komm wir schreiben jetzt mal irgendwelche Hassnachrichten, Hass-E-Mails oder was auch immer macht das. Wenn ihr Freude daran habt, mich juckt das nicht die Bohne, ich lese mir die Nachrichten durch und denke mir einfach nur, jo, dein Gehirn wurde bei der Geburt vergessen wieder reinzumachen. So, sowas halte ich von den Menschen und solche Menschen sind für mich, ja, mit solchen diskutiere ich gar nicht, mit denen fange ich gar nicht erst an zu diskutieren, Punkt aus Ende. Was mir aber auch unter den Kommentaren aufgefallen ist, aber auch in Privatnachrichten, die ich bekommen habe, aufgefallen ist, dass viele Leute zwischen Kritik und jemanden runter machen, also beleidigen, einfach keine Grenze ziehen und den Unterschied nicht sehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Tagen meine Schichtleiterin kritisiert mit einem anderen Kollegen. Es ging darum, dass unsere Spätschicht die Werkzeuge oder die Utensilien, die wir für Arbeiten brauchen, einfach irgendwo hinschmeißen. Irgendwo, wo wir dann wirklich, wir fangen früh an, wo wir dann manchmal wirklich eine halbe Stunde suchen müssen. Und das ist Real Talk, das ist kein Witz oder sowas. Wir suchen dann manchmal eine halbe Stunde. So, geht eine halbe Stunde von unserer Arbeitszeit ab, ist scheiße. Und dann haben wir uns, besser gesagt ich, habe dann mal mit unserer Schichtleiterin gesprochen, habe gesagt, hier, das ist ein bisschen Mist, wir müssen immer das Werkzeug suchen. Passen Sie doch mal bitte ein bisschen drauf auf. Hat sich nicht gebessert, hat sie vielleicht auch vergessen und dann haben wir sie kritisiert. Da haben wir gesagt, natürlich komplett korrekt, komplett lieb, ohne zu beleidigen oder sowas, haben wir dann gesagt, hier, ich will mir nicht gut, dass Sie da drauf nicht aufpassen und sowas. Übrigens, das ist eine Schichtleiterin, mit der kann man alles machen, also eine ganz, ganz, ganz Liebe, mit der kann man auch Witze machen, die kritisiert uns auch, aber das ist alles auf einer menschlichen Ebene, auf einer humorvollen Ebene und, und, und. Und das haben wir dann nochmal gesagt. Und sie hat es dann vernommen, hat es dann aufgeschrieben und hat es dann der Spätschicht gesagt. Und seitdem liegt das Werkzeug, die Utensilien, da, wo sie liegen sollen. So, jetzt die Frage an die Leute, die gerade den Tim so verteidigen und sagen, was soll das, wieso mobbt ihr alle Tim, wieso geht ihr alle auf das Thema ein und warum lasst ihr Tim nie in Ruhe? Ist das in euren Augen in dem Moment beleidigend, dass ich zu unserer Schichtleiterin gesagt habe, mit den Kollegen zusammen, hier, das ist gerade doof, wie das läuft, wir hätten das gerne anders, wir würden gerne pünktlich anfangen, dass wir auch pünktlich rausgehen können, dass einfach die Arbeitswerkzeuge da sind, wo sie liegen sollen. Ist das für euch beleidigend? Das möchte ich mal in den Kommentaren wissen. Und egal, wie viele sich beschwert hätten, selbst wenn das eine Masse gewesen wäre, selbst wenn nur, anstatt wir zwei, noch andere, die immer sonst immer große Fresse haben, aber sobald sie mal Maul aufmachen sollen, nee, vielleicht werde ich ja gekündigt, die still in der Ecke sitzen, wenn die auch noch zur Schichtleiterin gegangen und hätten das Thema angesprochen, ist es doch trotzdem Kritik, egal wie viele das sind, das können 5 Millionen, 5 Millionen, können auf eine Person einhämmern, ganz normal ohne Beleidigung und können sagen, hier, das ist doof. Wo ist da, wo fällt da eine Beleidigung? Solange man auf einer sachlichen Ebene bleibt und solange man einfach nur sagt, hier, das ist doof, dass das jetzt nicht geändert wird. Anderes Beispiel, ein Kollege, wenn ich einen Kollegen habe, der irgendwann in Drogensumpf durch andere Leute irgendwie landen würde, wird er irgendwann Drogen nehmen, da würde ich zu meinen Kollegen genauso sagen, hier, pass mal auf, das ist doof, was du machst. Ich finde das nicht gut. Hat sich jetzt lustig angehört, ich finde das nie gut, sollte natürlich nicht so lustig sein. Ich finde das nicht gut, hier, komm, bitte hör auf mit dem Scheiß. Gut, könnt ihr jetzt als Beleidigung definieren, ich nehme das einfach nur als argumentatives Schlagwort. Hör auf mit dem Scheiß, damit machst du deine ganze Zukunft kaputt, damit machst du deine Gesundheit kaputt. Und ich würde den kritisieren. Nicht kritisieren, weil ich die Person hasse. Im Gegenteil, das ist ja ein übelst guter Freund von mir. Ich kritisiere ihn, weil er mir am Herzen liegt und weil ich möchte, dass er aus, vielleicht erstmal gar nicht dahin kommt oder wenn er vielleicht schon in der Situation ist, dass man ihn da rausholt. Ich würde dann sogar im nächsten Atemzug Tipps geben. Ich würde im nächsten Atemzug sagen, hier, pass auf, wenn du meine Hilfe brauchst, dann nimm sie an, wenn du das alleine nicht rausschaffst. Und auch da ist es egal. Selbst wenn ich das alleine nicht sagen würde, wenn das noch andere Freunde von ihm sagen würden, ist das nicht beleidigend gemeint. Es ist trotzdem eine Kritik, egal wie viele es sagen. Es wird nicht zu einer Beleidigung, es wird auch nicht zu Mobbing. Selbst wenn das wirklich alle Menschen auf der Welt sagen würden, es ist nur Kritik. Solange man auf einer sachlichen Ebene mit Menschen diskutieren kann und erklären kann, was man überhaupt von den Menschen möchte und was man vielleicht kritisch sieht oder was man vielleicht an den Fehlverhalten mistfande, ist es doch in Ordnung. Es ist doch scheißegal, wie viele denn die Person kritisieren. Es bleibt Kritik und es ist keine Beleidigung. Und das ist mir auch unter sehr vielen Kommentaren aufgefallen. Ich verstehe es voll und ganz, dass extrem viele Themen da verteidigen. Ich habe auch nie gesagt, dass ich jetzt Gewitter im Kopf hasse, was auch totaler Blödsinn ist. Auch ein, ich denke mal, KuchenTV wird Gewitter im Kopf jetzt nie hassen. Auch ein Monte wird Gewitter im Kopf nie hassen. Man möchte halt nur einen Freund oder als Zuschauer möchte man halt einfach nur, dass derjenige die Kritik ernst nimmt, dass er die auffasst und vielleicht aus der Kritik lernt oder noch im Lernprozess ist und es richtig stellt. In Tim Fall, in Tim sein Fall wäre das jetzt einfach am besten, wenn er jetzt sagt, okay, passt auf, ich habe Mist gebaut und das auch gar nicht erst irgendwo in der Videobeschreibung oder das guckt sich doch keiner an. Und wie viele, wenn sich das welche angucken, wie viele sind das von 100 Prozent? 20 Prozent. 20 Prozent, die sich die Kanalbeschreibung angucken, wo drin steht, ja, es war doch alles ein Promo-Move. Es geht doch gar nicht darum, dass man Gewitter im Kopf, dass man den Kanal heben will. Das geht doch gar nicht. Und es geht auch nicht darum, es geht mir auch richtig auf den Sack, dass man als kleiner YouTuber eine übelst gigantische Reichweite haben will. Das ist mir doch scheißegal, weil ich habe damit gerechnet von Anfang an. Ich wusste von Anfang an, dass ich als kleiner YouTuber natürlich extrem gehadet werde. Das wusste ich von Anfang an. Das war mir aber in dem Moment so scheißegal, weil ich lasse mir von niemandem diktieren, wem ich kritisieren darf und wem nicht. Da kommen wir nämlich zum Nächsten. Es gibt nämlich extrem viele, die meinen, Moment, du hast ja nur 1400 Abos, du hast hier gar nichts zu melden auf YouTube. Okay, dann werden wir das jetzt einfach mal aufs Real Life widerspiegeln. Das heißt, wenn ich im Real Life normaler Arbeiter bin, stinknormaler Arbeiter, darf ich meinen Chef oder meine Schichtleiterin nicht kritisieren, weil ich normaler Arbeiter bin. Ich darf auch keinen anderen Menschen, der eine höhere Stelle hat, nicht kritisieren, weil ich wäre dann ja unter ihm. Meine Meinung würde ja dann ja nicht zählen. Oder wenn ich auf Facebook nur 10 Likes auf meinem Foto habe, dürfte ich ja den anderen, der 20 Likes auf sein Foto hat, nicht kritisieren. Das ist Bullshit. Es gibt keine Werte, die definieren, ab wann man Kritik äußern darf. Dafür gibt es keine Werte, dafür gibt es keine Richtlinien, dafür gibt es keine Gesetze. Genau wie die Leute hier bei Corona, ne? Genau, Running Gag, ne? Die sagen hier, ihr schränkt unsere Grundgesetze ein, wir dürfen nur noch uns mit 5 Leuten treffen. Das steht im Grundgesetz. Ja, zeigt mir mal bitte die Passage, wo im Grundgesetz steht, ihr dürft euch zu Hause mit 5 Leuten treffen. Ihr werdet nie eine Passage im Grundgesetz finden, wo das steht. Ist aber ein anderes Thema. Ich wollte das Thema jetzt nicht reinbringen, nur für die... Egal. Man darf Menschen kritisieren, egal welchen Beziehungsstand man hat, egal welchen Arbeitsstand man hat, ob man selbstständig ist oder nur Angestellter, ob man auf Facebook nur ein Likes hat, ob man überhaupt Social Accounts hat. Man darf kritisieren. Und Kritik ist nicht gleich beleidigen. Ich verstehe es nicht, dass es viele nicht sehen. Ich habe auch nie gesagt, dass ich Gewitter im Kopf hasse. Das ist totaler Blödsinn. Ich gucke mir trotzdem die Videos weiter an. Ich finde die trotzdem weiterhin unterhalten. Nur ich finde einfach, dass wenn ein Mensch einen Fehler begeht und den Fehler nicht einsehen möchte oder den Fehler versucht, tot zu schweigen, ist es einfach definitiv der falsche Weg. Weil man hat... Auch ich, auch ich habe eine Vorbildfunktion. Und gerade wenn man im öffentlichen Leben steht, sollte man sich ja drüber Gedanken machen. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Gewitter im Kopf sehr viele jüngere Zuschauer haben werden. Ich sehe es halt bei mir so. Bei mir sind es gerade momentan zwischen 13 und 16. Insgesamt sind es bei mir so bei... Ich glaube 28% war ich jetzt. Wenn man mal die 28% von mir sieht, wenn ich jetzt einen Fehler auf YouTube mache, zum Beispiel rassistische Äußerung, und ich dafür nicht gerügt werde und ich dafür nicht kritisiert werde oder ich dafür nicht bestraft werde von YouTube, sehen das viele als Okay, der darf das ja auch, dann mache ich das ja jetzt auch im privaten Leben. Das klappt ja bei den YouTubern auch. Und das müsst ihr bei meiner Größe sehen. Seht ihr das jetzt mal bei einer Größe von 1 Million Abonnenten? Wenn ein YouTuber so eine Reichweite hat und Fehler begeht, gibt es einige jüngere Zuschauer, die sich das angucken und sich natürlich, auch wenn man das als YouTuber immer nicht zugeben möchte, aber es ist so, viele nehmen sich ein Beispiel. Viele jüngere Zuschauer nehmen sich einfach ein Beispiel dran. Und wenn die natürlich sehen, okay, man kann ja einfach ein Thema totschweigen. Beispiel, was ich auch in meinen Kommentar geschrieben habe, wenn man mal den Eltern, weiß ich hoffe, was ihr niemals machen werdet, aber wenn man den Eltern mal einen Euro geklaut hat. So, entweder man hat die beschissenen Eier und sagt, pass auf, ich habe euch beim Einkaufen, ich habe den Kassenzettel vergessen, aber nicht deshalb, weil ich den wirklich vergessen habe, sondern weil ich euch einen Euro unterschlagen habe. dann seid ehrlich, aber wenn ihr natürlich Vorbilder habt und auf YouTube seht, ach ja, sag ich einfach nicht, ich mache jetzt einfach einen Fehler und ich sage das einfach nicht. Ich lüge einfach weiter und ich schreibe, oder schreibe, ja, ist halt so, muss ich ja nicht sagen. Irgendwann wird das Thema eh vergessen. So kommt man im Leben nicht weiter. So kommt man im Leben definitiv nicht weiter. Und wie ich auch gesagt habe, ich hasse Gewitter im Kopf nicht. Überhaupt, ich hasse jetzt auch Tim nicht, nur ich finde, man sollte für seine Fehler gerade stehen. Und gerade wenn man so eine große Reichweite hat, sollte man das tun. Und wenn Tim die Kritik annimmt, auch von kleineren YouTubern, also vielleicht auch von mir oder von noch kleineren YouTubern, wenn er die Kritik annimmt und sagt, okay, ich setze mich nochmal hin und überlege, okay, warum haben die in dem Moment das gedacht? Warum haben sie gedacht, dass Jan verstorben sein könnte? Und welche Fehler ich noch begangen habe? Wenn er sich hinsetzt und sagt, passt auf, liebe Community, ich möchte euch was sagen. Ja, ich habe Scheiße gebaut. Ja, ich habe alles wegen Promo-Move gemacht. Ja, mir war in dem Moment vielleicht Klickzahlen mehr wert als alles andere. Und ich wollte unseren Kanal wieder, keine Ahnung, wieder in... Ja, ich wollte den Ruf von dem Kanal wieder ausbessern, dass neue Zuschauer auf uns kommen will. Wenn er einfach mal ehrlich ist und sagt, okay, das habe ich getan und das habe ich getan, dann ist doch alles okay, dann ist doch alles perfekt. Dann finde ich das mega, mega geil von ihm, wenn er es tun sollte. Und ich glaube, dann würden die meisten auch gar nicht mehr so auf Gewitter im Kopf, wie ihr das nennt, rumhacken, was eigentlich sachliche Kritik ist. Und ich habe mal wirklich extrem viele Kommentare durchgelesen. Und ich sage jetzt mal wirklich, es gibt natürlich immer Idioten. Ich sage jetzt mal 20%, die immer beleidigen. Das ist halt einfach so, die wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Die werden vielleicht im Privatleben, also im Real Life werden die vielleicht nicht beachtet. Und dann suchen die Beachtungen im Internet. Solche gibt es immer. Mit solchen muss man leben. Sehen halt irgendwelche Leute. Aber 80% die ganzen Kommentare, die ich da gelesen habe, waren, ich hasse euch nicht. Ich mag Tim trotzdem noch. Und mein Beileid, auch nochmal von meiner Seite aus, nochmal mein Beileid, das ist jetzt gerade eine beschissene Situation und gerade auch noch eine beschissene Situation, weil du das mit YouTube jetzt nochmal verarbeiten musst, weil du vielleicht extrem beschissene Kommentare bekommen hast, was ich voll und ganz verstehen kann, was echt scheiße ist und was unter aller Sau ist. Trotzdem sollte man niemals vergessen, dass man durch die Zuschauerschaft soweit gekommen ist und trotzdem sollte man einfach mal die Eier beweisen und einfach mal ein ordentliches Statement-Video rausbringen und einfach sagen, hier, pass auf, ich habe einen Fehler begann. Das finde ich scheiße. Bestes Beispiel war auch damals der Paul, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, oder hieß er Paul, ich weiß nicht mal, der im japanischen Wald war und der leider eine Leiche gefilmt hat. Ich möchte ja nicht so weit ausholen. Jetzt möchte ich jetzt ein P-18-Video draus machen, das möchte ich natürlich nicht. Und wisst ihr, was da für Kommentare waren? Da waren einfach, da waren wieder welche, die ihn kritisiert haben, zu Recht kritisiert haben und da waren einfach Kommentare, ja, lasst ihn doch in Ruhe, der hat doch nichts Schlimmes gemacht. Nee, ach, überhaupt nicht. Der hat da einen toten Menschen gefilmt und von seiner Emotionen Handlung brauchen wir auch nie diskutieren. Jetzt kriege ich da Raucherlunge, jetzt kommt da alles raus, ja. Und es gibt halt so verbohrte Hardcore-Fans, sage ich immer dazu, die, egal was ein YouTuber macht, egal was ein Fehler da macht, die, die stehen immer zu den YouTuber. Wird es auch immer geben, ne, in den kann man auch ganz schwer eindringen. Aber ich hoffe, irgendwie, man kann dann endlich auch mal zeigen, okay, du kannst deinen ja immer noch lieben, dein, sag ich mal, dein, dein Star auf YouTube kannst du ja immer noch lieben, aber du kannst ja trotzdem mal Kritik äußern. Und gerade, das ist der Punkt, wenn man jemanden mag, erst dann, erst recht dann sollte man Kritik äußern. Weil man möchte, dass er sich nicht noch mehr verhaspelt, weil man möchte, dass er sich nicht noch mehr in die Scheiße reiset. Das würdet ihr bei Freunden nicht anders machen. Oder, seid mal ehrlich, wenn ihr einen Kollegen habt, der absolut nicht singen kann, würdet ihr, ach ja, du kannst super singen, also, super, super Platte. Ne, ich bin ehrlich und sag, nee, lass die Scheiße sein, sorry, du singst, wie ich, früher auf Toilette. Sorry, du kannst nicht singen, es tut mir leid, aber ey, du hast andere Zahlen, du kannst unfassbar geil zeichnen. Du, du bist technisch übelst krass begabt, such doch dir da was raus. Ist einfach so, man, man sollte auch immer ehrlich zueinander sein und, ähm, hört doch bitte auf mit dem Blödsinn, mit den doofen Kommentaren von wegen, ah, lasst doch jetzt mal einen Gewitter im Kopf in Ruhe, lasst doch mal, hört doch mal auf, ihn zu kritisieren. Wenn er es nicht anders merkt oder wenn das, nicht nur Gewitter, ne, es gibt ja tausend andere Beispiele, ich wollte gerade welche aufsehen, aber ich lasse es lieber. Ähm, sonst kommen noch mehr hier, ne, von den Lottis, muss ja auch nie unbedingt sein, und nein, Lottis war jetzt kein, äh, ist keine Beleidigung. Ähm, sonst kommen noch mehr Leute. Ähm, es gibt extrem große YouTuber, die einfach absolut keine, keine Vorbildfunktion sind und, ähm, und wenn man solche großen YouTuber dann kritisiert, ja, ne, ist doch nicht schlimm, was er gemacht hat, ja, hm, da hat er halt, äh, eine Streamerin beleidigt und sie als Punkt, Punkt, Punkt beleidigt, na und, ist halt seine Meinung, nein, das ist keine Meinung, das ist eine Beleidigung, Punkt, aus, Ende. Ab dem Zeitpunkt sollte man als Zuschauer sagen, hier, pass auf, entweder du entschuldigt dich, du stehst gerade für deine Scheiße, die du gemacht hast, oder ich bin weg, Punkt, aus, Ende. Und das möchte ich auch, wenn ich einen Fehler gemacht habe, genauso von euch, wenn ich einen Fehler gemacht habe, hab, und ich den nicht einziehen möchte, und, ihr werdet es nicht glauben, aber ich hoffe mal, dass ich nie in so eine Situation kommen soll, sollte, aber sollte ich mal in so eine Situation kommen, dann möchte ich, dass ihr mir in den Kommentaren schreibt, hier, das und das fand ich doof von dir, das und das finde ich doof, und wenn du dich da jetzt nicht gerade zu machst, wenn du da nicht ein ordentliches Statement rausbringst, dann tut es mir leid, dann lasse ich das Abo weg, dann gucke ich mir lieber jemanden an, der ein bisschen mehr Krips hat, das verlange ich von euch auch. Also überlegt mal ein bisschen, bevor er irgendjemanden hier verteidigt und sowas, dass nie jeder, der Kritik äußert, einfach nur auf Tim oder andere Großen, ein YouTuber rumhacken will und den runterziehen möchte. Man möchte einfach nur, dass das Thema gerade gestellt wird und wie schon gesagt, auch in meinem Fall, weil ich Gewitter im Kopf mag und weil ich einfach möchte, dass auch langsam mal das Thema ein Ende hat, dass einfach Tim sich nochmal hinsetzt, sich nochmal Gedanken zusammenfasst, dass er vielleicht auch die Gedanken aufschreibt, so wie er es möchte und dass er mal ein ordentliches Statement rausbringt. Dann ist doch wieder alles gegessen. Wie schon gesagt, ich rede jetzt auch nicht nur von Gewitter im Kopf, ich rede auch von ganz, ganz vielen anderen YouTubern. Und da verstehe ich das Erfolge überhaupt gar nicht, werde ich auch nicht verstehen, wie man gewisse Sachen einfach verteidigen kann. Ihr könnt Fans sein, vollkommen in Ordnung, ihr könnt von jedem Fan sein, aber wenn euer Star einen Fehler begangen hat und leider auch auf YouTube öfters mal einen schwerwiegenden Fehler, dann verstehe ich das nicht, wie man das nicht sehen kann oder nicht sehen will und den dann noch verteidigt. Man kann nicht jemanden verteidigen, der zum Beispiel eine Streamerin auf Übelstep beleidigt hat oder man kann auch keine Streamerin verteidigen, die sich öffentlich überkrebslustig macht. Da gibt es Leute, die verteidigen solche Streamer. Ja, war doch nicht so, lass die doch jetzt in Ruhe, hört doch auf, die zu kritisieren. Fass ich nicht. Und Kritik ist nicht Mobbing und Kritik ist auch keine Beleidigung. Ja, es gibt beleidigende Kritik, aber das ist wieder was anderes. Punkt aus Ende. So, kann ich endlich wieder Luft holen. Ich habe mich sehr oft verhaspelt. Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe kein Skript geschrieben. Ich komme auch gerade von Arbeit, es tut mir sorry. Ich hoffe trotzdem, dass ihr das Video ein bisschen ernst nehmt und ich hoffe auch, ihr nehmt das Video auch so ein bisschen mit. Nehmt es auch nicht nur ins Internetleben, sondern auch ein bisschen ins Privatleben und wenn ihr jemanden habt, der einen Fehler gemacht hat, vielleicht sogar einen schwerwiegenden Fehler, dann steht nicht hinter ihnen und sagt, ah ja, ich sage das niemandem, sondern äußert eure Kritik. Weil Kritik ist nicht Beleidigung. Und wenn ihr den Menschen mögt, dann erst recht, dann äußert erst recht eure Kritik. Ich hoffe, ich habe ein paar Leuten Denkanstoß gegeben und ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts Wichtiges vergessen, was ich noch sagen wollte. Wie schon gesagt, ich hasse Gewitter im Kopf nicht, ich gucke trotzdem weiterhin die Videos. Aber das ist halt meine Meinung, man sollte zu seinen Fehlern stehen und man sollte einfach nochmal ein richtig ordentliches Video rausbringen. Und auch von meiner Seite aus nochmal mein herzliches Beileid. Und das hat auch nichts damit zu tun, ich würde auch nie von Gewitter im Kopf irgendwelche Eltern angreifen. Ich würde auch also Familie angreifen. Das geht zu weit. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, dass du das Thema jetzt erst mal momentan ruhen lässt. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn du vielleicht ein Post jetzt die nächsten Tage rausbringst und sagst, hier, ich würde nochmal ein ordentliches Statement machen, vielleicht heute auch noch einen Post rausbringst. Niemand zwingt dich dazu. Du bist ein freier Mensch, du kannst machen, was du möchtest. Aber es wäre vielleicht schön, auch für die jüngeren Zuschauer, dass man vielleicht dann nochmal ordentlich drüber redet. Aber ich finde, Privatleben geht definitiv vor. kümmere dich jetzt erst mal um dein Privatleben. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute, alles Glück der Welt, dass es dir wieder besser geht. Wie schon gesagt, er lebt immer im Herzen weiter. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn man ihn wirklich komplett vergisst. Und, ja, mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen. Es tut mir leid, dass ich manchmal ein bisschen lauter geworden bin oder sowas. Aber es ist halt ein Thema, das geht mir wirklich auf ein Pisa. So ein ganz kleines bisschen, so ein ganz kleines bisschen. Aber, wir sind es. Definitiv Dativ-Akkusativ im nächsten Video. Und wenn ihr noch mehr Themen habt, wenn ihr mal sagt, okay, kannst du mal über das Thema quatschen oder kannst du mal da drüber quatschen? Was ist deine Meinung da drüber? Schreib das doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht mach ich darüber auch mal wieder ein Wheel-Talk-Video. Ich wollte allgemein mal ein paar Wheel-Talk-Videos mehr machen. Und, ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.